Alter, mit der krieg ich so... Bam, ab! Guten Morgen, die Damen. Wunderbares Wetter, um ein paar Kackvögel Platz zu machen. Lootbox, die gibt's auch noch, alles super. So, die kleinen Kacknasen. Kommt mal ran. Früher war ich ein Gott in dem Spiel. Mal gucken, ob es immer noch so ist. Jungs, los geht's. Was ist mit dir da hinten los? Bist ein bisschen verkältet, ne? Passt schon. Oh, diese Geschwindigkeit. Genau das ist es, Jungs. Genau das ist es. Guten Morgen, Fräulein. Let's go, B. Komm, gib mal die krasse Wummi hierher. Zack, zack. Was macht die? Ah, ja. So, Kinder. Vati ist da. Der Blazkowitsch mit 8 Grad, der kann uns hier irgendwas weghasseln, aber... So, ah, das ist die Frau. Hallo, Madame. Kann ich vielleicht... Oh, kann ich sie vielleicht kurz töten? Dankeschön. Fuck, noch jemand. Alter, der hat ein Hoverboard. What the fuck? Das bringt dir nicht viel, mein Sohn. Denn Vati ist hier, um dich zu fissen. Ja, läuft bis jetzt ganz gut. Was ist das hier? Ah, okay. Komm, dem geh ich hinterher. Ja, na also, es läuft bei mir. Ja, also Quake war für mich schon früher was, wo ich... Da habe ich echt reingehustelt. Ziemlich krass sogar. Also jetzt mal ohne Schmarrn. Ich weiß, man kann viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Aber merkt er was? Merkt er was? Schon wieder ein Asi. Warte mal. Was kommt schon wieder? Dich kriege ich... Na, schon wieder ein Assis. Was ist denn hier los, Jungs? Kann ich vielleicht auch nochmal jemanden töten? Äh, gut, äh, hab ich gesagt. Nein, nein, nein. Den nimmst du nicht. Wie ich ja jedes Mal so an den Kopf gebe. Ha, 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 ha. Tja. Musst du früh aufstehen, um mich zu natzen, Vorline hier. In meinem Profi-Spiel. Bam, Alter. Ich habe vorhin schon eins gespielt, aber eben nicht die Aufnahme laufen lassen. Aber dann doch noch mich retten können mit dieser, ähm, ja, rückläufigen Aufnahme von, äh, Shadowplayer, wie es heißt. Das heißt, ich habe sogar Beweise dafür, dass es echt krass gelaufen ist. Aber die läuft aber jetzt auch nicht schlecht hier, die Runde, oder? Warte mal, warte mal, komm mal. Ne, 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 ne. Zwei. Ja, kein Problem mit dem haarigen Dagobert. Nicht beide auf mich, bitte. So, den ersten genutzt. Danke fürs Life. Wo bist du? Aha, du bist also wieder abgehauen. Jetzt kommen meine Mates. Jetzt kommen meine Mates, Junge. So. Und gute Nacht, Missier. Gute Nacht, Stigrimi, Bi, Bi. Gute Nacht, Sigmund. Oh, Raketenwerfer. Damit war ich jetzt nie so prickelnd. Aber gegen die kleinen Kackvögel, ja, mit dem Auge. Lächerlich. Ich hätte gerne wieder die Railgun. Mit der gehe ich ziemlich ab. Raketenwerfer braucht einfach zu lang. Das ist nix. Oh! Oh, zwei, Jungs. Dann verabschiede ich mich fürs Erste. Oder doch nicht? Komm. Ja. Erster ist weg. Oh, der zweite ist auch schon down. Bin ich jetzt noch nicht gestorben, Jungs? The Gifted. Drei von drei. Challenge complete. Oh, nice. Ja, Reagan. Ja, das ist die. Alter, mit der gehe ich so. Bam! Ab! Oh! Alter, da ist noch einer. Oh! Gehitted, Blastgewinch. Der stand sogar nur in der Ecke, der Dackel. Ähm, wie bitte? Habe ich gerade eben wirklich nicht getroffen? Batsch, mein Freund. Der nächste. Bam, Alter. Impressive! Impressive! Wow. Jungens, jungens, jungens. Da brauchen wir vielleicht einen Raketenwerfer. Na, ne? Ah, mit der Dinkenatze. Mit der kleinen Uzi. Schrotflinte. Komm, muss ich mal versuchen. Wow! Du Schuss! Bam! Bam! Oh, der hat... Ja! Excellent, Alter! Hehehehe! Boom! Wahnsinn! Es ist so krass. Es ist so krass, wie ich abgehe. Ich denke, dass es tatsächlich schwierig ist, dieses Spielsystem von Quake, wenn man es jetzt vergleicht mit anderen Dingen wie, keine Ahnung, also Fortnite oder sowas, das ist natürlich ein riesen Umstieg für die Jugend, also die, die es nicht kennen. Quake war schon immer so was für... Es ging auf Schnelligkeit und auch so ein bisschen auf den Takt. Also man muss, wenn die Leute rumhüpfen und rumdackeln, so ein bisschen den Takt abtasten können, um sie dann passend zu fisten, so wie dieser Schuss hier. Wahnsinnig. Wahnsinnig. Boah, Alter, was hat die für krasse Sachen an den Füßen? Was ist das? Oh! Alles noch nicht gestorben, Leute. 18 Kills noch nicht gestorben. Profi! Oh fuck, da ist ein Mate. Boom! Was willst du... Oh! Lieben die Feinde gerade. Das ist so, ich, ich treffe auf gar keine Feinde mehr. Ich hab die gehen, weil sie Schiss haben. Ich glaube immer so einen krassen Beutler im Gegnerthema. Der ist natürlich auch, äh, ja, witzlos. Bah! Drei. Schaff ich die, schaff ich die? Wir versuchen mal unser bestes Kampf. Eine weg. Ah, ich hab einen Mate am Start. Mit einer Ultra-Rüstung. Okay, erledigt. Die haben heute keine Chance gegen mich. Oh! Den haben doch schön einen mitgegeben, krass. Alter, wie rennt denn der? Jetzt ist es gleich rum. Bam und... Logischerweise der krasseste Boy auf der Welt. Ist klar. Quake war und ist schon immer echt ein geiles Spiel gewesen. Da kann man gerne ein bisschen mehr reinhasseln. Ganz klar. Also vor allem, wenn ihr Profi-Gameplay sehen wollt. Ja, Leute, die wirklich reinhasseln. Im ersten Spiel hatte ich, wie gesagt, eine KD von 27. Ich habe 27 Kills gehabt und einen Tod erlitten. Jetzt bin ich gar nicht gestorben, glaube ich. War schon ziemlich krass. War schon ziemlich krass. Klar, Level 3, logisch, ist dran. Challenge komplett. Boom! Es war schon. Es war schon. Äh. Ah. Uh. Gib mir von den grünen Dingern. Ja. Epic Match! Ich glaube, so werde ich das Video nennen. Cool. Epic Match. Ganz klar. Locker. Hier haben wir mal, looky, looky, mein Progress. KD von 47. Ich weiß nicht, ähm, was ich dazu noch großartig sage. Kann man schon mal machen, so eine Runde Quake. Kann man auf jeden Fall schon mal machen. Es ist, glaube ich, gerade noch kostenlos oder so. Bin mir nicht sicher. Oder es ist generell kostenlos. Keine Ahnung. Hasselt rein, ja. Vielen Dank für die ultra krasse Daumen-Action von gestern. Leute, ihr habt nach, nach 12 Stunden waren die 100 Daumen voll. Also mir ist echt fast der Sack geplatzt. Vielen, vielen Dank dafür. Ah, Challenge accepted, Challenge accepted, Konkret. Ach, geschafft habe ich die schon längst. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut wieder ordentlich rein. Morgen ist wieder live zu mir ab 18 Uhr. Seid dabei. Ciao, ciao. 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 Ciao.